Servus Camper, auf meiner Europa-Tour hatte ich den Partygrill 400cv von Campinggas zum Testen dabei. Ein Grill, der ohne Probleme für 2-5 Personen geeignet ist, vor allem wenn man beengte Platzverhältnisse hat. Ihr solltet das Video auf keinen Fall anschauen, wenn ihr Hunger habt, so viel schon mal vorne weg. Der Gasgrill wird in eine Tragetasche geliefert, wo wirklich alles seinen Platz findet, von den Füßen bis zu den Grillplatten. So fliegt auch nichts durch den Van. Die Kartusche kann auch in der Tragetasche auf dem Weg zum Strand ohne Probleme transportiert werden. Als erstes werden die Füße angeschraubt. Dann kann auch schon direkt die Kartusche eingesetzt werden. Von der Reihenfolge kommt erst der Rost, dann der Wärmeverteiler. Je nachdem, was man mit dem Grill machen möchte, können dann die verschiedenen Einsätze eingelegt werden. Wenn man nicht grillen will, kann man auch direkt auf den Rost einen Topf stellen und den Grill als Kocher benutzen. Der Deckel ist auch gleichzeitig eine Wokpfanne. Wirklich durchdacht. Vor dem Grillen muss Wasser in die Wasserschalle eingefüllt werden, bis zur Markierung. So kann Fett abtropfen und es lässt sich später auch einfacher sauber machen. Doch dazu im letzten Teil des Videos etwas mehr. Der Grill hat eine Pfanne zur Zündung. Das bedeutet, man braucht kein Feuerzeug zum Anmachen. Am Drehregler kann die Gasflamme eingestellt werden. Achtung, wer jetzt schon Hunger hat, für den wird der Rest des Videos hart. Jetzt wird gegrillt. Das Grillbrech hat zwei Seiten. Auf der geriffelten lässt sich super Fleisch grillen. Hier einmal im schnell durchlaufen. Auf der flachen Seite lassen sich Zucchinis grillen. Oder auch mit Wokpfanne als Deckel Knoblauch-Paguettes. Wirklich lecker. Zum Frühstück verwöhnt uns der Partygrill dann mit Speck und Spiegelei. Nach dem Essen kommt dann leider auch das Abwaschen. Die Wasserschale kippt man dann aus. Ein Dreh nach links lässt sie ausrasten und dann ab damit ins Waschhaus. Durch die Beschichtung der Grillplatte lässt sich der Grill wirklich gut reinigen. Auch die Auffangschale ist nach ein paar Mal Wischen sauber. Mein Fazit. Der Partygrill 400 CV von CampingGas ist wirklich spitze. Für zwei bis fünf Personen kann man problemlos grillen und kochen. Zudem ist der Grill wirklich klein und kompakt und die Gaskartusche lässt sich an mehreren CampingGas Produkten verwenden. Ich möchte betonen, ich habe von der Firma CampingGas kein Geld bekommen für diesen Beitrag. Ich finde den Grill wirklich klasse. Der Grill wird nach dem Test verlost. Wenn du am Gewinnspiel teilnehmen möchtest und wie das funktioniert, dann lese unten in der Videobeschreibung. Ich hoffe, der Test war interessant. Wenn du mehr von meinem Camping-Testberichten sehen möchtest, abonniere am besten gleich den Kanal. Bis zum nächsten Testbericht, euer Andi. Bis zum nächsten Test.